Willkommen zurück bei einem neuen, ungewohnten Lagenpart von Drive for Zeroes. Das stinkt doch zum Himmel, ey. Die letzte Welt, schwebende Gärten, Maschinenfestung, Drachentitadelle und Himmelstempel. Ich bin schon sehr gespannt, was uns erwarten wird und ich hab diesmal Bock auf das Rittergewand. Hm. Bomben. Hm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich hab mir einfach auch das Rittergewand. Machen wir mal Partnerlook hier. Alles Lörchen, alles Lörchen. Oh, ich hab einen Fehler gemacht. Shit. Sorry, du hast von den Bildschirmen. Es ist voll wild. Ach nee, ich ist ja noch ein Bogen. Fuck. Hätte ich das Bogen nehmen sollen. Was nimmst du Bogen oder such du aus? Hm. Hm. Ene, meine, mu und du bist aus. Also du. Also. Vielleicht dir einmal die Wahl und dann machst du so ein... Aber Himmelsgefäde ist schon ein bisschen, ähm, erinnert schon ein bisschen an, ähm, Skyward Sword. Oh Gott. Leute. Oh, ich hab einfach so eine Hände getroffen. Aber Forest Adventures war der letzte Welt auch in den Himmel. Als, als ob der Wind einen Fall so krass beeinflusst. Und der Wind erinnert mich auch an Forest Adventures. Abgeguckt. Ist ja auch selber. Jo, das hat mich grad auf. Ist ja alles alles an. Voll erinnert. Die World's Grafik hier. Das gibt's doch nicht. Ich kann nix machen. Kann ich den Schilder klauen? Nee, nee. Lass mich mal betreiben. Lass mich mal betreiben. Ich kann Schild, ich kann Schild klauen. Ja, ja. Komm mal her. Nee, ich muss da hoch. Einer muss mich hochwerfen. Hoch. Nicht, das kommt nicht glatt. So, ich glaub ich muss noch einer hoch. Jupp. Zwei hochwerfen. Genau. Wann kann ich hier irgendwas machen? Da drin. Ich komm da nicht hin. Das ist jetzt aber kompliziert, tatsächlich. Der ist erstmals mein Level 1 sterben. Hahaha. Das ist jetzt aber kompliziert, tatsächlich. Der ist erstmals mein Level 1 sterben. Äh, was hatte ich gehabt? Hinterhaken, ne? Genau. Oh, und das schon noch mal sorry für den Anfang des Parts. Ich hab vergessen, den Vollbild zu schalten, deswegen war das ein bisschen zu komisch, ne? Die Leute für den Bildschirm. Auf dem Papa-Kanal. Aber, genau, auf meinem Kanal. Ich hab... Ich hab' ich nicht trainiert. Ich hab' ich nicht trainiert. Ich hab' ich noch trainiert, ne? Boah! Das ist ja Wahnsinn hier. Da blitt mir ja echt der Arsch, ey. Was? What the fuck? Das ist ein Faker. Halt, halt weg, komm hier! Logi sprengt einfach ihr Weg den einfachen Weg. Jetzt lass' ich aber noch mal gucken, wie man das denn hier machen soll. Man kann ja nicht zu zweit drüber. Ich kann ja noch einer drüber. Hm. Kurios. Ne, ich muss drüber. Ich hab' ich an einen bestimmten Part vor nicht allzu langer Zeit. Ich muss drüber, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Ich muss auf jeden Fall drüber. Was ist das denn? Aber wir müssen zu zweit drüber. Das heißt, es macht mehr Sinn, wenn man uns einer, wenn's einer zwei hochwirft. Oh ja, geil. Wieder... Connect fails, super. Logi. Pettigt mich. Logi, Staffline. Ich kann nix machen. Wenn ich die Bombe rüberschmeiße? Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das war ja eben meine Idee eben. Hab' ich aber runtergestürzt gerade. Versuch' mal ne Bombe rüberzuwerfen. Ne. Ich muss gucken, wie ich das mache. Weil hier komm' ich definitiv nicht hin. Was denn? Was denn? Weil das ist eins höher, weißt du? Ich komm' da nicht hin. Ach. Warte mal. Rüberwerfen wird nicht klappen. Ne, wenn die Bombe nicht rüberkommt. Aber wenn ich rüberwerf und du ein Enterhaken benutzt, könntest du das Ding quasi abfangen oder nicht? Ja. Versuch' mal, ja. Ja, gut. Du kannst die Bombe einfach da hinlegen, dann kann ich sie rüberholen. Also nicht rüberwerfen, sondern einfach gucken, dass du die da... Stimmt's, ja. Ja, 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 ja. Das stimmt. Dann werf' uns nochmal rüber noch hin. So, probier' mal. Ah. Muss ich schnell reagieren. Okay. Na, wir müssen uns gegenüber stehen am besten. Ne. Müssen gleichzeitig drücken. So, jetzt. Ah. Okay. Okay. Nochmal. Nein, das hat nicht geklappt. Ich dachte, du legst es die Bombe. Und wenn du da umstehen bleibst und ich die Bombe in der Hand habe. Ja, probier' mal. No name. It's your turn. Again. Ne, es klappt nicht. Ich bin ja eins höher. Ja. Oder? Okay. Dann lass' uns nochmal so probieren. Und guckst du, dass ich die Bombe da hinschmeiß, wo sie nicht runter... Da an der, an der, an der, an der Wand da... Ach, meinst du hier? Wups! Nein, Lommeln. Ah. Genau. Toll. Es hat noch geklappt. Jetzt nicht rennen, sonst wieso? Ja. Okay, das Rennen ist... Ich muss jetzt auch noch eine Bombe hinmachen. Genau, hier muss ich eine Bombe hinmachen. Abstand halten. Ein Meter Armlänge. Ein bisschen mehr als ein Meter. Wunderbar. Darf schon das Driforce? Boah, natürlich. Wir müssen nur noch hinkommen. Achso, einer kann runterfallen. Das ist erlaubt. So, jetzt dürfen wir nicht mehr runterfallen. Das ist nicht mehr erlaubt. So, einer darf jetzt noch mal runterfallen. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Ja komm, scheiß drauf. Ne, das klappt nicht, Michael. Viel langsamer. Ein bisschen rübergekommen noch, ne? Ach, so wie ihr es gerade versucht habt eigentlich. Also... Rennen bringt nichts. Rennen bringt absolut nichts. Müsst du halt zur Seite nicht gehen. Ja, 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 ja. Gut gemacht. Guck mal. Guck mal. Du musst ein bisschen gehen. Guck mal. Pack das Ding wieder ein. Genauso. Pass auf, pass auf, lauf. Ja, 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 ja. Geil. Guck mal. Ja. Ja, 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 ja. Was ist das Ding drin? Warte. Warte. Okay. Oh ja, geil. Ernsthaft. Ich, ich habe gerade nicht drauf gedacht. Ich habe dir gar nicht mehr gedrückt. Ich habe auch nicht mehr gedrückt, hä? Komm, die ausreden wieder hier. Oh, meine. Hey, erzhaft. Okay, ihr wisst, wie es funktioniert, ne? Hühnchen. Ich schicke mir Knackels in die Hand nehmen und dann... ... die Florin. KFC. So. Nochmal, oder? Oh, das war gerade knapp. Und jetzt auch wenn ich renne. Ja, tu ich. Soll ich mal Hühnchen-Attacke machen? Die, ob die dann wieder angreifen. Ja, will ich mal ausprobieren. Lass am Ende probieren, wenn wir im Driver sind. Okay. Schnell fliehen. Können wir doch schnell fliehen. So, Plattform. Ja, oder auch nicht. Danke schön, Plattform. Danke, Ibladi. So, komm her. Wo ist der Logi denn? Hä? Hä? Ah, da kann man gar nicht hin. Es ist nur Deko hier rechts. Oh, jawohl. Cool. Ein Deko-Baum. Ein Deko-Baum. Ach, Mann. Einfach ein Witz gleichzeitig gebracht. Wunderbar. Wunderbar. Wo ist der Logi hin? Wir müssen ja nur gerade ausfliegen. Ja, aber wir wollten gut bleiben wie ein Schatz oder so. Hier ist ein Schatz. Wunder Turbine. Was ist der Mühle? Ja, geil. Och, nee. Komm nicht die Masken-König-Dinger da. Die Mini-Version. Die Nerven. Alter, das hört sich auf mich zu verfolgen. So, Maske ist weg. So, Herzen, 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 Herzen. Ah! Einen konnte ich holen. Ja, aber es bringt nichts, wenn der Logi sich von zwei treffen lässt, ne? Und der No-Name nicht eingreift. Das wäre jetzt dein Einsatz gewesen. Wir gehen definitiv Game Over. Wenn wir schon in Level 2 alle Feen verbraten haben. Mehr als ein Potenzial nicht Game Over gehen ist nicht möglich. Hm? Mehr als ein Potenzial nicht Game Over gehen ist nicht möglich. Ich will mich verarschen. Scheiß Spiel, hey. Ich lande doch. Wieso flexen? Du gehst mal vorbei. Du Vollhonk. Noch inkompetenter als No-Name. Uah! Ui. Oh nein. Boah. Das bringt mir zu viele. Ja, geil. Deine Bomben bringen hier glaube ich nicht viel. Eine hat zum Beispiel mich getroffen. Weil der Radio so groß ist. Nochmal. Juhu. No-Name. Freu dich. Ja. Ist noch nicht genug Freude. Ja. Ist ein Snickers. Ja. Wenn du eigentlich bist willst du es zu No-Name. Also hier. Also hier in dieser Welt müssen wir Feen für die Spezialmissionen machen. Ich glaube ich nehme doch lieber das Glückspajama. Hätte ich auch das Herzbubekostüm nehmen sollen. Kriege ich noch umändern? Ne, ne? Egal. Egal. So. Dann schauen wir mal was wir diesmal hinkriegen. Was hatte ich gehabt? Enderhaken, ne? Ja. Okay. Hauptsache stößt einfach irgendwo das drin. Wollte ich grad sagen. Oh, 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 oh. Kann nix ausrichten, ne? Hier und. Hier. Wunderbar. Nicht rüber rennen. Das ist mir bewusst. Gegen ankämpfen ist das Rezept. Gegen die Strömung schwimmen. Hup. Wetter. Woha. Ja klar, der Furfi fällt runter, weißt du. So, Naunim, du weißt Bescheid was hier abgeht. Wie haben wir's gemacht? Genau da an der Seite, ne? Es ist an der Seite Landnetz. Ja, das haben wir jetzt so riskant. Das hat doch gezählt. In dem großen Radius. Ja. So, dann weißt du, was du zu tun hast. Fokus auf Trilogie richten. Das war ein bisschen zu früh. Das macht zwei. Wunderbar schön. Schade. Aber im zweiten Versuch schafft es der Louis auch. Wir schaffen diese Welt im zweiten Versuch. Ich hoffe es. Versuch die Hühnchen am Leben zu behalten. Für den Schluss. Ich will gucken ob die Anker, aber ich glaube es haben sie eingebaut. Ja. 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 Ich glaube es haben sie auch. Und man kann auch direkt von da rüber. Stimmt. Natürlich. Ich spawn genau da wo ich stand. Aber oh, die verfolgen mich direkt. Ich spawn genau da wo ich stand. Die spawn genau da wo ich stand. Ah. Hey. Nimm die Maske ab. Wie auf dem Maskenball. Hm. Wie viele Lehm an denen. Du musst von hinten treffen, ist dir bewusst. Ja. Weiß ich. Ja. Und na. Ich wollte dich hochheben und in den Herz holen lassen. Ja. Wenn du mich hochheben bist du langsamer. Kannst du mir schlechter fliegen? Naja. Das ist... Naja. Das war gerade die Zwickenmühle. Wapp. Und nochmal. Und dann wieder. 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 Und again. Und again. Ach dann ist die Hühnchen schon geholt worden. Stimmt die Hühnchen sterben jetzt? Ne. Ich hab gerade aufgefahren die waren nicht mehr. damen will an der hübschen hilfe wunderbar das glück zum jahr noch kein einziges mal gewirkt so jetzt kannst du mich hochwerfen das eine herz mit mir ich hab schon ich bin ich bin ich noch mal hochwerfen oder lass mich hoch und mache ich hier hinterhaken oder so was wir können wirklich jedes herz gebrauchen deswegen mit was ihr finden könnt wunderbärchen wunderbärchen und wind ich glaube ich gehe lieber zurück dann mache ich keinen schaden wo kann ich schießen wo kann ich schießen trifft nein ich komme wegen einem zentimeter da ich habe nichts gesagt oh lol brauchen wir zwar nicht mehr so sehr aber kann man ja mitnehmen hühnchen tut auch ein hühnchen nein ich will dich nicht bis kein hühnchen so was ist mit dem letzten kann man gemeinsam fliegen wenn du mich jetzt hochhebst aber laut physik müsste man ja eigentlich weiter ab komm mir jetzt nicht komm mir jetzt nicht mit physik ja oder so so geht's auch lol ich bin sogar allein weggeflogen ich habe das schon gesehen ihr entwickler ich habe das schon gesehen ihr entwickler wenn es war das bis eben noch knopfi und einer muss rüber gehen ich muss wahrscheinlich den pfeil machen ach ne dann muss ich den ente haken komm mal her komm mal her komm mal her mein jung ich bleib sogar da ja genau komm jetzt hallo ich lenke dagegen anscheinend ja doch nicht ich lecke sie da dankeschön nein oh lol was ist das für ein spiel bitte nein wehe wehe ich hole jetzt erstmal herzen wehe mach einfach so aah ja ich hab ihn ja und jetzt fahrs nach runter sei ruhig so jetzt jetzt kannst du es nochmal sagen so haben wir noch ein bisschen da ich weiß was ist noch hirnchen nö schade doch kein evil chicken schade so ich bin gespannt auf das finale was kommt für ein durchgedrehter boss boss rush kommt jetzt boss rush gegen die ruhe vor den sturm noch mal wieder so ne kacke wo wir mehr an das game auch gegangen bin ne jetzt so da war du Mistviech komm mal her ich rette dich so der Maske ist weg und der ist down so wie bestimmen wir den da oben jetzt so Dann schmeißt man ein Bömmchen auf den Hibby mal hoch, vielleicht können wir den betäuben Hibby mal hoch Ja geil Hibby mal hoch, komm, komm, komm Ah ne, doch nicht Ja klar Alter Was ist denn das? Aber gut, dass wir noch Feen haben Gut, dass wir vorhin gestorben sind Sonst hätten wir jetzt gehen wir auch mal gewesen, spätestens So Ja, hier können wir auch nicht campen, man spricht hier alles ab So, dann Logi macht diese Feuerdinger und die Linden lässt Fuck Oh mein Jetzt kommt heute nicht mehr ein Teil, oder? Natürlich, jetzt hält der auch noch runter, der Honk Jetzt Boah Immerhin ein Herz So, ich kümm mich im Herzen Warte Mann Ich fuhre von den Typen getroffen Ja Mach mir doch die Slave Wir gehen doch gerne over Ich verspreche es euch Das ist, was ich gerade gesagt habe So, jetzt komm her Mistviech Warte mal, mach mal den Strein Okay, das war auch wieder ein Strahlen Ich habe halt die Fähigkeit noch hier die Masken sind die ein bisschen besser zu besiegen Ich treffe nicht Komm her jetzt So Ach ja, stimmt, die verliert da ja runter Ja, im Abgründen fliegt man runter Ja, da war noch gerade noch kein Abgründen Und dann ist der Toden runtergefallen Ja Oh, mein Ah Haben wir alle? Geil Oh, nicht Krenz Scheiß mehr machen jetzt, bitte Tut mir die Liebe, ihr macht Krenz Oh, sogar mit Schatz drohen Das riecht nach Rubinen Noch mehr Geld Geld Gib mir Geld Glas Genau 300 Glatt Egal Wir haben das Leidloch noch geschafft in dem Part Sehr, sehr, Sparta Nein, das ist meine Kiste Mann Ich habe es geantwortet Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das immer? Hä? Ich habe so geahnt, dass es links ist Wie schaffe ich das? Ich glaube, in der Sekunde langsam Verstehe ich nicht Verstehe ich wirklich nicht Ich auch nicht Komm, ich habe es nicht möglich geahnt Ich wollte ja schon links hin Aber so eine Sekunde schneller Aber gut Wir werden im nächsten Part Level 2 machen Yeah Ich bin gespannt Es wird nochmal sehr witzig werden Ich tippe auf mindestens einen Drage Meinerseits Mindestens Ja gut Bis Bis zum nächsten Part Dann geht es wieder Ciao Auf Tschüss Vielen Dank für's Zuschauen H3 Leute Tschau Tschö 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 Tschö